Und es geht weiter mit Classic Bodybuilding. Jetzt haben wir uns natürlich auch wieder zwei Kandidaten ausgesucht. Ich kenne euch natürlich, aber für die Kamera stellt euch selber mal vor. Hi, ich bin der Holzer Thomas aus Garmisch und ich habe die Bayerische gewonnen diesen Jahr. Du bist? Hi, ich bin der Alens. Auf Instagram Arlen Schemmer und auch auf der Bayerischen dritten Platz gemacht. Okay, Jungs, die Frage habe ich heute fast allen gestellt. Seid ihr hergekommen, um mitzumachen, einfach nur die 60. zu genießen und anschließend auf dem Bankett euch einen dicken Bauch zu holen oder wollt ihr das Ding hier gewinnen? Also ich will es gewinnen, definitiv. Deswegen bin ich auch da. Das ist doch mal eine Ansage. Also ich denke, jeder Athlet, der hier ist, um nur danach zum Essen, ist hier falsch. Jetzt hast du ja gegen ihn verloren auf der Bayerischen, so wie ich das jetzt gerade mitbekommen habe. Hast du dich nochmal verbessert? Hast du nochmal eine Schuppe draufgelegt? Ja, auf jeden Fall. Sonst wäre ich nicht gestartet hier jetzt. Und ja, ich hoffe, dass das reicht, die Schuppe, die ich draufgelegt habe. Das finde ich nochmal klasse. Jetzt sehen wir von euch noch ein paar Posen. Ich wollte dir noch was zeigen. Komm, Classic Bodybuilding, mal ein Doppel-Bizep rausfahren. Ich bin schon gleich rausgestochen. Brutal, Jungs. Jungs, das schaut richtig gut aus. Das ist toll. Das ist toll. Das ist toll. Vielen Dank.